Der Jahrzehntzer Pizdaer Nr. 79, der erste, der ist vom Nachdrucks in die erste Mannschaft geschaffen und grüßt mit der Nr. 79 Römer. Ich glaub's nicht, ich glaub's nicht. Zwölf Sekunden vor Schluss. Christian Winkler holt Joey Feuersohn-Überschetti, kommt zu seinem ersten Einsatz. Ich glaub's ja nicht. Ein zwölf Sekunden darf er spielen. Geil. Geil.